es wird gebreitet hoch oder warum stößt sich der mein kopf ich bin zu dachten doch Das gibt es nicht, das gibt es nicht, da bin ich doch schon sicher drauf Nein, er glitscht doch mal runter Hallo Ich kann kotzen, ich kann kotzen Ja, wie ihr seht, Nils ist der Pro Verlass Das war ich nicht Oh, ne, witzig, ich kann kotzen Ja, Feuerschutz bringt mir viel Ja, deswegen Kann ich aber auch so eingeben Kein Verlangsamungstag Naja, ich tippe dich Ups So Kannst du mir einen Geschwindigkeitsdrang zu werfen Geschwindigkeitsdrang? Nee Alter, wieviel Schaden macht das denn bitte? Instant Damage 2 Kann ein bisschen dauern Jo, jo Oh Nein, ich reg mich nicht auf Nur bitte auf Okay Ich reg mich nicht auf Nein, das tue ich nicht Nein, nein, nein Nein, nein, nein Oh, Geruchsprung, aber kein Ding für ein Kind Ich reg mich nicht auf Ah, da bin ich runtergefallen Ich reg mich nicht auf Nein, 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 nein Ein Schaf Nein, ich reg mich nicht auf Nein, nein, nein Äh, Kira ist ein Schwein Naja, was ist das denn? Scheiße Uiuiuiuiuiui Oh Gott, was soll ich das denn machen? Hä? Da schaffe ich doch nie Spring da hin Da wollte ich gerade sagen Obwohl, ich glaube, der da hinten würde auch gehen Aber macht den da, der ist safe Aber ein Assi-Sprung kommt noch Der hier? Ja Und ich sag dir jetzt mal nicht, wie du den am besten machen solltest Ja, genau so nämlich nicht Lol Ey, ohne Witz, ich hatte einen richtig Hammer-Guru-Sprung Ja, den hättest du auch so nicht geschafft What the fuck? Hast du irgendein Programm von mir? Hm What the fuck, Alter? Kuh Troll Ja komm, du weißt ja schon alles Oh, hab ihn aufgelutscht Ja, kann auch daran liegen, dass ich die vor ein paar Wochen erst gespielt hab Dein Ernst? Ja, mit Oli Ja, mit Oli Ja, mit Oli Ich hab ja Hey, ich hab dir vor einem halben Jahr erst gespielt Ja, pfff Oh, oh Nicht aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen Guck mal, LK, hier sind alle aus wie du Guck mal, die haben auch das gleiche auf dem Kopf, auf dem Rücken wie du Ja, ha, 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 ha What the fuck, wo kommt das Ding denn her? Oh, wohin dahin? Alter, willst du mich verarschen? Du weißt schon, dass das gleich nervt? Ich weiß, deswegen mach ich das doch auch Oh, Level 16 Eck, ja, hör mal, oh, auf So, jetzt kommt er wieder Ich wollte es mal so, als ob es ein Block wäre What the fuck geht hier denn mit? Jetzt wirst du eh fallen, das schaffst du nicht mehr Kannst du nix machen Das hört auch nicht auf Ich helfe dir Ach, ja Verdammt Mal ganz kurz das machen Komm schon Lass es, lass es, ich hab mir doch nur einen Helm gemacht Komm, warte, hör auf, hör auf, komm Komm, komm, ist nie was mit gewesen mit dem Baum Komm, ist nie was mit gewesen mit dem Baum Nee, ich weiß nicht mehr Alter Wird das denn hier so'n Scheiße? Nein, nicht aufregen, nicht aufregen Ich bin lockerflocker Easygoing Kein Ding, Quentin Kein Ding Alle zählt Oh, mal den Nasejogd Aber So, ja, mach ich öfters, mach ich öfters, ja Nasejogd extremst Was warst du noch? Hups Willst du nicht? Wo warst du hier oben, ne? Nee, ich war schon Ich war schon drüben Ja, 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 ja So Na, ich geb dir jetzt mal einen Tipp Spring nicht hier Versuch nicht direkt rüber zu springen Das funktioniert nicht Du musst ein bisschen Du musst versuchen Ein bisschen rechts Nicht direkt auf die Leiter, sondern Ein bisschen seitlich Ich pack da immer Ja, ich weiß, weil du Nicht richtig springst Deine Mutter springt nicht richtig Ich hab mir zwei global plassen, ja Nicht aufregen, nicht aufregen Alter, der sprintet bei mir nicht Ach, was ist der Scheiße Ach ja, der Mongo Nils Ich bin schädig, ich bin schädig, ich bin schädig Die Tropfen ja gar nichts, oder? Weiß ich nicht. Oh, Nils. Oh, Nils. Wie war, kann ich denn nach rechts gehen? Nee, ich würde nicht zu weit nach rechts gehen. Sonst fällst du beim Anlauf runter. Ich glaube, ich bin sogar gar nicht nach rechts gegangen. Äh. Nein, alles Chili-Milli. Alles Chili-Milli. Ach, ja, ja, ja. Nein, du musst nicht sprengen. Musst du. Ich hoffe, du langweilst dich, Elkia. Ja. Bisschen. Hey. So, jetzt kommt Regen. Ja, das ist ein ganz normaler Sprung. So, ich bin irgendwie auch geklettert. Ja, pff. Ja, ist normal. Ah, geil. Geil. Mega Premium. Ey, jetzt bist du runtergefallen. Ich hab so eine Wut, Alter. Mhhh. Ich würde die auf, ich würde diese Challenge gerne überspringen. Ja. Ja, das mach ich auch. Echt? Ja. Mach mal fünf auf. Vier, wo ist vier denn eigentlich, bitte? Vier geht weiter grad aus. Ach, da vorne. Ja, damit hatten wir jetzt schon die erste aufgeben müssen. Ich mach's aber. Jetzt kommt Very Hard, ne? Ist dir bewusst. Fang mich. Oh, da bin ich. Haha. Ja, okay. So. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Du machst das aber auch knapp. Ohne witzig, ich schaff den... Den zweiten Sprung schaff ich schon nicht. Hm. Kann ich dir auch so sagen, der ist ziemlich schwer. Ah, jetzt auch das. Ist richtig. Da springt der einfach nicht. Oder... Wow! Und da spring ich über die Leiter. Ups. Da bin ich hier drunter gefallen. Das gibt es nicht. Ach ja. Nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ich schaff den dritten nicht. Ich schaff den dritten nicht. Ja. Ich schaff den dritten nicht. Wie lange brenne ich denn? Wie lange brenne ich denn? Okay, ich hab auf gehört. Pff. Hast du einfach rumgefallen. Wow! Wow! Wow, 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 wow. Drüber gejumpt. Wenn jetzt läuft. Oho. Ups. Das gibt es nicht. Komm, ich schaff das. Mach die doch in 1. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Ich falle hinten runter. Entschuldigung. Wir springen nicht. Ich will einfach durch die Langwand laufen. Das macht mich hattig. Das macht mich in 1. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dja.